Kirmes-Collage Mit Photoshop lassen sich Aufnahmen sehr schön zur Bildmontage zusammenfügen. In unserem Beispiel nehmen wir einige Bilder, die am Abend auf einer Kirmes entstanden sind. Öffnen Sie zunächst in Photoshop die Bilder, die Sie zusammenfügen möchten. Legen Sie jetzt eine neue Datei an. Diese Datei füllen Sie mit schwarz. Das geht über Bearbeiten, Fläche füllen. Wählen Sie im Verwenden-Menü die Farbe schwarz und bestätigen Sie mit OK. Diese Datei dient Ihnen später als Hintergrund für die gleich einzufügenden Teilbilder. Gehen Sie nun zurück zum ersten Bild. Wählen Sie das Lasso-Werkzeug und stellen Sie in der Optionsleiste des Werkzeugs eine weiche Kante von 0 Pixeln ein. Umfahren Sie jetzt grob den Bildbereich, den Sie übertragen möchten. Nehmen Sie jetzt das Verschieben-Werkzeug und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste auf Ihr leeres Dokument. Die Auswahl wird nun als neue Ebene in dem Dokument abgelegt. Rufen Sie mit STRG-T die Funktion Freitransformieren auf. Klicken Sie auf einen der Eckanfasser und schieben Sie das Bild mit gedrückter Umschalt- und Maustaste in die passende Größe. Bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Eventuell findet sich im Hintergrund des Bildes noch etwas Streulicht. Das werden Sie los, indem Sie Bild, Korrekturen und die Tonweltkorrektur aufrufen. Schieben Sie den mittleren der drei Regler etwas nach rechts. Bestätigen Sie auch hier wieder mit OK. Verfahren Sie ebenso mit den übrigen Bildern. Wenn Sie alle Bilder auf das neue Dokument gezogen haben, haben Sie in der Ebenenpalette eine Reihe von Ebenen. Sie können die Bildteile nun miteinander verschmelzen, indem Sie die Füllmethode der Ebenen auf Aufhellen stellen. Um das Ganze in eine Einheit zu bringen, wählen Sie im Erweiterten-Menü Auf Hintergrund-Ebene reduzieren. Mehr Videos finden Sie auf Computerwissen.tv Und dann haben Sie viele gute Erweращung in einer Konferenz mit der EA parle. Und dann kommen Sie die G ali-B.